Nachdem Xiaomi mit dem SU7 Ultra Prototyp auf dem Nürburgring einen neuen Rekord für Limousinen aufgestellt hat, wurde jetzt die finale Version für Endkunden vorgestellt. Und die unterscheidet sich so gut wie gar nicht vom Prototyp. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Endlich hat Xiaomi die Serienversion seines mit Spannung erwarteten SU7 Ultra vorgestellt. Diese extrem leistungsstarke Elektrolimousine wird etablierte Spieler wirklich herausfordern. Der Xiaomi SU7 Ultra ist ein technologischer Showcase, der die Fähigkeiten des Unternehmens im Automobilsektor demonstrieren soll. Er steht in direkter Konkurrenz zu Modellen wie dem Zika 001FR, Porsche Taycan Turbo GT, Tesla Model S Plaid und Lucid Air Sapphire. Goldman Sachs prognostizierte einen Absatz von rund 4000 Einheiten im Jahr 2025, was im Großen und Ganzen eine bescheidene Zahl ist, aber für ein Hypercar nicht schlecht. Die erste Reaktion der Käufer hätte diese Vorhersagen möglicherweise entkräftet. 3.680 Bestellungen gingen innerhalb von 10 Minuten nach der offiziellen Präsentation des Autos ein. Die Geschichte des SU7 ist ziemlich crazy. Von der Idee zum fertigen Produkt in nur zwei Jahren, obwohl allgemeiner Konsens die Ambitionen des Unternehmens als zugewagt einstuft. Allen Widrigkeiten zum Trotz ist das Unternehmen auf dem besten Weg, in diesem Jahr 120.000 Einheiten des SU7 auszuliefern, davon allein 20.000 im Oktober. Und nun hat der Ultra den Nürburgring erobert und die gesamte Automobilwelt aufhorchen lassen. Denn das Ultra-Prototyp-Modell hat eine Runde in 6 Minuten 46 und 874 Tausendstel Minuten absolviert und somit einen neuen Rekord für Viertüre aufgestellt. Der SU7 Ultra baut auf dem Design der Standard-SU7-Limousine auf, fügt jedoch einige sportliche Akzente hinzu. Ein großer Heckspoiler, eine breitere Karosserie und aggressive Stoßfinger verleihen ihm ein unverwechselbares und aggressiveres Aussehen. Diese aerodynamischen Verbesserungen tragen zu einem erheblichen zusätzlichen Abtrieb von 265 Kilogramm bei und halten das Auto auch bei hohen Geschwindigkeiten auf der Straße. Der SU7 Ultra fährt auf 21 Zoll Rädern mit Pirelli P-Zero 5 Reifen. Innen ist der SU7 Ultra eine Mischung aus Luxus und Sportlichkeit. Alcantara-Leder bedeckt die Sitze, Türverkleidungen und andere Innenelemente, während Carbonfaser die Türstufen, den Mitteltunnel und den Rückspiegel ziert und für einen Hauch von Hightech-Flair sorgt. Sportliche Sitze mit gelben Sicherheitsgurten und ein Alcantara-bezogenes Lenkrad runden die Cockpit-Highlights ab. Der Xiaomi SU7 Ultra ist 5,26 Meter lang, 2,06 Meter breit, 1,40 Meter hoch bei einem Radstand von 3 Meter. Das Ultra-Modell ist aufgrund seines Performance-Bodykits deutlich breiter und länger als der Standard SU7, hat aber den gleichen Radstand. Der SU7 Ultra verfügt über drei Elektromotoren, zwei Xiaomi V8 und einen Xiaomi V6, die eine Gesamtleistung von 1526 PS erzeugen. Dies ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 kmh in nur 1,98 Sekunden und liegt damit fest im Hypercar-Bereich. Der SU7 Ultra erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 350 kmh und absolviert einen Viertelmeilen-Sprint in 9,23 Sekunden. Das sind wirklich heftige Werte! Was die Bremsleistung angeht, ist es mit AP Racing Hochleistungsbremssetteln speziell für den Rennsport ausgestattet, die vorne und hinten über geschmiedete Sechskolben-Festzettel verfügen und Rennbremsbeläge drauf haben, die Betriebstemperaturen von über 800 Grad standhalten. Darüber hinaus nutzt das Xiaomi SU7 Ultra den Motorrücklauf zur Bremsenergie-Rückgewinnung und ermöglicht so eine Bremskraft-Rückgewinnung von maximal 0,6 G. Bei Vollbremsung kann eine Verzögerung von mehr als 2,36 G erreicht werden mit einem Bremsweg von 100 bis 0 kmh von nur 25 Metern. Die Stromversorgung erfolgt über eine von CATL entwickelten 93,7 kWh Quilin 2.0 Batterie. Dieser fortschrittliche Akku verfügt über ein Dual-Surface-Kühlsystem, eine Cell-to-Body-Struktur für mehr Sicherheit und Stabilität sowie eine beeindruckende Schnellladefähigkeit bei 5,2 C. So kann man den Akku in nur 11 Minuten von 10 auf 80% aufladen. Der Xiaomi SU7 Ultra kostet in China umgerechnet 102.900 Euro. Damit ist er selbst auf dem chinesischen Markt deutlich günstiger als viele seiner Konkurrenten. Die Serienproduktion des SU7 Ultra soll im März 2025 beginnen, Käufer können jedoch bereits Vorbestellungen aufgeben. Ihr könnt mir auch gerne unters Video schreiben, wie viel der bei uns kosten könnte. Was haltet ihr von so einem Monster? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst doch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!